und auf ein neues ich bin wieder das ziel ich könnte jetzt natürlich wieder hier hinten mittel abraham zaudere nicht von hinten zwar über die rechte seite ja kommen gleich mit kämpfen sein leben vorne rum kommen auch gleich welche so lächerlich die verfolgen dieselbe strad nur sind wir besser und ich bin eigentlich 15 15 deathmatch ja eigentlich muss ich auf kills gehen das ist punkte die zu uns gute kommen so wie der hier auf wiedersehen oder der ja eigentlich muss nur einer bei mir bleiben falls ich gedauht wird dann könnt ihr die nämlich finischen die mich versuchen zu töten sehr gut hier kommt nicht irgendwo einer ab komm du wohn ich habe einen ue v hinter uns habe ihn habe ihn habe ihn bei mir hier irgendwo ich habe watchdog wenn der watchdog jetzt kills macht zählen das als hpd kills na muss nur am leben bleiben ich hau alles raus und drohen trophiesystem vielleicht herpacken wenn es geht da hinten ist noch einer der kam mit irgendwo hinter dem tank hier im turn oben aua das ist scheiße die brandgranate die zündete in der luft schon im voraus die landet gar nicht bevor sie macht was ist das jetzt video spiel ihr hinten ist immer noch einer haben wir ja jetzt ist da gerade niemand mehr wir checken nicht dass sie mich doch mit der pistole schießen können der hat einfach akzeptiert anstatt mich dort zu schießen hinter uns wieder hier in der mitte kommt auch einer habe ich noch einer sehr gut ich glaube im turm auch wieder drin der anderen hier hinten wieder über die mitte was tot ich bin down ich liege da kommt einer da kommt egal wir haben gut punkte gemacht das kann ich oft gehen ich hab direkt ins hbt getötet auch korma kors der map fliegt vor meine füße eine sem tix digga nein hinter mir war einer du anrufe da habt ihr ziel sehr gut ja das gewinnen wir sollten wir haben auch im turm auch da jener ohne alles raus es geht die mitte kommt zwischen den zügen Aaaaaaah Ah beides Das haben wir easy Ah scheiße Hab ihn von dein Von deiner anderen zwei von dein Das beschissen ist, wenn der mich sieht Wenn ich mit der Schroffende komme Fickt der mich Weil einen Schroffenden Schuss schluckt der safe Zwei wahrscheinlich auch Victory Is ours Ui ihr Bilderloader Diese krampfhaften Zuckungen Auf Leute zu schießen ist bei mir Sehr populär schon Hehehe Aber alle ausgeruchert Irgendwie schaut der Windqueen immer gleich aus Ich bin HPD Ich gehe in den Bunker So Digga hinter Hier Ich gehe in diesen Raum hier rein Die kommen Sehr gut Aufpassen Aufpassen Da kommt noch mehr Die machen auf Aufpassen Die machen auf Aufpassen Aufpassen Ich werde sterben Ich bin tot Ich bin tot Ich bin tot Ich bin so tot Ich bin 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 tot Was ist mit dem Alter Recon Ich bin tot 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 Es ist noch einer Es muss hier unbedingt ein Trophy System rein Hinter uns glaub ich Das Trophy System ist unsere Lebensversicherung. Lass das nicht kaputt gehen. Hab sie beide. Noch eine, noch eine, noch eine. Das Trophy System ist kaputt. Hinter uns glaube ich. Oh, tot. Ne, ich lebe immer noch. Ich bin down, ich liege. Die kommen, die kommen hier gleich durch. Auffassen. Ich aim. Da wollten eine Granate schmeißen. Das ist noch einer drin. Wenn du gleich links guckst, am Ende ist einer. Nein, das ist ja nicht. Das ist noch einer, da kommt noch mehr. Ich schau oben wieder. Hier auf, füllen. Habe oben ein. Das war aus dem Puls. Noch eine. Hab ihn. Da oben sind ganz viele. Zwei Stück oben. Uns Ziel. Sie kommen. Was ist von hinter ihnen? Ich werde sterben, ich werde sterben, ich werde sterben. Hab ihn. Hab ihn gefinished. Oben ist noch einer. Hinter uns wieder. Ein Schacht drin. Ich bin down. Schacht ist clear. Hab den oben. Man kann mich rewifen. Ich mach. Ich hab keine Platten mehr. Oben wieder. Oben kommen sie. Unten. Ihr habt Geist. Hab ihn. Da kommt noch einer. Noch einer. Hinten noch. Ich lieg schon wieder, Digga. Das ist Mobbing. Nein, der ist. Ich bin down. Oben ist noch einer. Ja. Ja, ich bin tot. Ja. Aber egal. Das haben wir gut gemacht. Das war extrem gut, war das. Schau mal den Score an, wie gut wir das hoch gespielt haben. Shotgun ist so geil. Zock mit die unten drinnen. Zock mit die unten drinnen. Nur machen's den wir besser wie die. Oh shit. Oh Gott. Ich hab den seine Granate einfach runter geschmissen. In den Aufzugschacht. Er ist down. Er ist down. Er liegt auf dem Schacht unten. Ja. Und wir kommen einmal runter und räuchern sie direkt aus. Ja, Digga. Ich bin einfach durchmarschiert, hab drei Kills gemacht und hab ihn gefickt. Das war so geil da gerade unten drinnen. Digga. Ich bin hin und her gelaufen. Ich bin von einem Eingang zum anderen gelaufen und hab jedes Mal mit der Pumpgun-Action gelacht. Hier wieder. Bam, bam, bam. Ich war gerade wieder da. Oh mein Gott. So ein richtiger Fetisch ist hier unten. Das ist genau unser Ding hier unten. Ja. Wunder, mate. Geh runter. Mate, mate. Händerte mit. Victory. Saus. Digga. 37 Kills, Alter. 2,8 LKD. Ich hab schon wieder so viel Schweine viel Zeit mit dem Dingens. HVT 254. Wer ist denn das? Ja, mit den Slugs kommen jetzt die One-Shots, Alter. Das ist nicht die Slug. Nicht? Digga, was hast du denn drauf gemacht auf einmal? Langer Lauf. Aber den hab ich vorher auch schon gehabt. Ich weiß auch nicht, was gerade los war. Der. Ich hab so viele Granaten dort nachbekommen. Oh. Das hab ich vorher. Nur so. Das hab ich gerade drei, vier Mal gemacht so, ne? Ich bin einfach von der einen Seite gekommen. Bin durchmarschiert. Bam, 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 bam. Alle weg. Und vorhin, ne? Ich bin von einem Eingang zum anderen links, rechts, links, rechts. Shotgun. Ah, lass mich gleich wieder Ziel sein. Komm. Komm, komm. Komm, komm. Ja! Und wenn er ja gut ist, spawnen. Hm, was haben wir denn hier? Hm, was wird reinreden? Das Problem ist, wenn die hier Granaten reinwerfen, Alter. Scheiße. Das ganze Team hockt hier fast drinnen. Hey, hab die kommen. Da ist einer direkt. Einer da und da ist noch einer. Der hockt genau links, um die Ecke. Oben kommt einer gleich. Bücherregal jetzt. Geht wieder weg. Weg. Er hockt immer noch genau links hier an der Ecke. Der challenged. Ja, ist den. Ach. Warte, Jungs. Der hockt da immer noch. Nix, hockt da. Meine Fresse, Jungs. Was stellt denn ihr euch so an, Digga? Ey, ich kann als Ziel nicht hingehen. Dich mein ich doch nicht. Merzal. Oben, oben, oben. Oben, oben. Und in uns. Nix. Ist down. Der andere kommt. Das Ziel kommt. Unten rum. Aus weg, aus weg. Oben, 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 oben. Einen hab ich down. Zwei hab ich down. Ich komm von hinten. Er ist weg. Er ist weg. Er ist weg. Deswegen rennt er auch weg. Oben kommt zwei. Oben kommt zwei. Oben kommt zwei. Der geht nicht rein. Geht wieder weg. Abbrot. 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 Oben, oben, oben. Hab ihn. Nix schießt für mich drauf, ey, du Bastard. Oh mein Gott. Mach zu die Scheiße. Hast du das gesehen? Oben, oben, oben. Hast du das gesehen, Junge? Hinter uns, hinter uns. Hinter uns. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Was hab ich meine Garnade? Ich schmeiß mein Gas da auch noch rein. Oben, oben, oben. Sehr gut. Hab ihn. Immer noch hinter uns. Sehr gut. Let's fucking go, Junge. Das ist unser Bunker. Ich hab Watchdog. Oh, der kommt hier. Der ist oben. What the fuck? Sein Ping hat's einfach ganz anders angezeigt. Oh, scheiße. Ich komm vor'm Aufzug. Hab's alle getötet. Nice. Ich glaub, da kommen aber gleich noch mehr. Die Scheiße ist offen. Was ist das? Ich hab' das. Ich hab' den ihr Angst. Ich hab' den ihr Angst. Watchdog kill. Hinter uns, hinter uns. Ich hab' den Angst. Ich hab' den Angst. Naja, was ist das? Ich hab' den Angst. Oben, drei Stück. Na, die Tü... Ja, wir jetzt nicht durchschießen, Digga. Der Mate killt die gerade. Da sind noch zwei vor dem Bücherregal. Die kommen rein. Nicht zurückschießen. Mein Gott. Komm, 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 komm. Hab ich. Nicht durchs Bücherregal schießen. Ich soll nicht sehen durch den Winkel wirken. Da kommt wieder einer. Hä, er wurde vergast. Da kommt noch einer. Kanade. Kanade. Jesus. Oben wieder. Oh mein Gott. Tyron, du bist so ein räudiger Wichser. Wie er die ganze Zeit nach links und rechts laufen tut und einen wegschießt. Es ist so räudig, was er machen tut. Ich bin tot, aber wir haben sie gut gefickt, Digga. Oh. Du schaust ihnen zu, er geht nach rechts, er geht nach links, zack, einer weg. Wieder rechts, zack, wieder links, zack, wieder einer tot. Ja, ich pick aber wieder raus und mach einfach. Der ein und nach den anderen wird weggebrannt, Alter. Wirklich saumäßig geiler. Nein, ich hab nicht mit deinem gerechnet. HBD kommt. Ja. Schlechte Idee, Kollege. Schlechte Idee. Er sieht uns doch auf dem Radar, was kommt denn hier rein? Gewonnen. Diese Runde war so ehrenlos. Ich hab den 23er KD. Ich hab das so gesehen, was Tyron mit diesen Leuten da gemacht hat. Life of Cam, Digga. Das war Dribble Cam, Alter. Das war einfach Colette. Alter, ihr drei. Ganz ehrlich, eigentlich hättest du Highlight sein müssen für die 3-4 Leute, die du da weggepumpt hast. Ja, Mann. Zwei sogar Colette, aber das war zu kurz wahrscheinlich. Das ging zu schnell vorbei, darum konnten wir das nicht benutzen. Alter, war das Reue, dich, Digga. Das ist so geil. Und die magische Weise sind ein paar Stufen aufgestiegen. Ja, das waren sehr böse Runden. Ich bin das Ziel. Das Spiel, ich glaub, das mag man nicht. Ich weiß, was gut ist. Ich bin jede Runde froh, wo ich nicht Ziel bin. Ich hab mich oben auf den Satelliten hin. Da snipet, glaub ich, direkt einer rein hier. Rechts rum kommt einer. Alter. Rechts rum, rechts rum. Aua. Da ist noch einer, der ist richtig low. Da ist noch einer, der ist richtig low. Versuch zurückzukommen. Ja, ich hock hier im Untergrund drinne. Kein Leidenergie. Boah, fast tot. Ich lieg. Hab ihn. Ich seh nichts, mate. Ich hab ihn. Eine Komponenten. Hab ihn. Hast du zufällig eine Shotgun aufgehoben? Nee. Schade. Schade. Oh mein Gott, die kommen alle, ist tot. Aber ich hab Watchdog. Ohne. Alles online. Das Ding ist schluckweg. Ich hab ihn direkt zwei, äh, Dvergenoff. 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 Ist down, hab ich. Enemy HPT is down. Enemy UAV inbound. Pssst. Hä? 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 WTF, wo ist der, Alter? Schlecht. Ich bin echt mit dir. Ich konnte auch meine Waffenklasse wechseln. Ich wurde fast weggefickt. Unser Maid ist alleine da drüben. Das bin ich. Digga, einer nach dem anderen, Mann. Ich hab's alle geholt, Digga. Weiß nicht, ich hab die zwei vor dir weggeholt. Und dann kommt noch einer, der dich gefinisht hat. Das waren fünf Stück gerade. Okay, so gesetzt. Den einen hab ich sogar vorgeschoben und getötet. Oben drinnen, wieder. Sem Texke, da hat schon ein paar Heils kassiert. Hab ihn Ja, die ist ikelhaft So bist du, glaube ich, alleinig Oh mein Gott, da fand ich ein Ballet, Digga Boah, ab, alle Ich hab nur noch einen neuen Schuss Irgendeine Waffe aufheben Ich jag das Ziel Scout Impulse Hab ihn Unser Ziel ist so gestorben Ich mach jetzt immer noch, weil ich die Steuerung gestellt hab Mein Handgelenk tut wieder weh, wieso Sorry mate, I broke your streak Ja, ja, er spawnt bei uns, sind spawnen hinter mir, Digga Du bist gerade direkt neben ihm gespawnt, als ich ihn getötet hab Ja, so läuft jetzt halt Dreckenspiel Uah, Digga Uah, Ueh Uga, Uga Amstem, in Renn Moin Die Und das moin einer Egal Sieht gut aus Das ist so ein geiles Gefühl, wenn man mit der Pump den Wunsch und Down macht Und einfach nur am Boden anschaut und einen letzten Pump drückt in die Fuß Ich weiß, was du meinst, ich hab gerade auch nicht mitbekommen, dass ich Ziel geworden bin, ne? Ja Er hat nicht mehr viel Leben Er ist down Er wird, glaub ich, revived Ne, sehr gut Nix, ich hab ihn, ich hab ihn mal gefickt Alter, beim Runtertropfen hab ich noch einen Burst in den Rücken gegeben, alter Oh, wer ist das? Ja, ich, das mach ich die ganze Zeit Ich burst zusammen, alter Heil mich jetzt mal zack, weil ich ja immer so viele Hits kassiere und dann burst ich wieder Ganz ruhig, Junge Ja, wie wird's geschrieben? Ich weiß, aber ich hab, wie wird's geschrieben? Ja, ich muss selber gucken, ob ich das richtig gesehen hab Ja, aber wie wird es geschrieben werden? Ja, das sind sie Seine Community, irgendwelche Leute Ah, HP, CC War das so schwer? Digga, ich bin schon wieder Zieler Wie ist das schwer hier? Ich nehm jetzt auch ne Pumpgun mit Oh, Mann, warum bin ich hier überzielt, Digga? Das ist schon irgendwie kriminell Auf ne gute Art und Weise Ich bin hier wie so'n Ding, wie so'n Sekundiger, Alter Oben am Bücherregal Zwei Leute Laufen vorbei Jetzt machen wir das gleiche Wenn ich hier unten sind welche, schmeiß ich meine Brandgranate rein und ähm ich oben ab Ja, hier, Brandgranate Hier ist einer immer noch im Schacht drin, ne? Da kommen mehrere jetzt über den Schacht Drei Leute über den Schacht, glaub ich Haben auch noch einen Oben drei Leute Einer, noch zwei, zwei Habste Oben rum wieder Hab ihn Noch einer oben Unten kommt auch wieder einer Hab ihn Er hat mich durch die Wand Alles safe Im Moment alles safe Unten kommt wieder einer Sehr gut Oben wieder Ziel ist da Noch mehr, noch mehr oben, noch mehr oben Hinter euch im Schacht Habste beide Äh, oben kommen sie auch Ich hab fast keine Munition mehr Alle oben, alle oben Schießt und macht Tot, tot, tot Ich muss flüchten Mach Ich hab ab Ich bleib zurück, komm dich zu schützen Ziels hier Ich hab's dir gedacht Noch einer, noch einer Alle weggepumpt Ich hab nichts gesehen Weil dein Ausstieg war Hilfe, 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 Hilfe Die kommen durch den Aufstiegschacht wieder Oh, Hilfe, die kommen alle Noch einer Noch einer Oh mein Gott, jetzt bin ich tot Tot, 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 tot Tot Alter, ich hab da drei, vier Leute weggepumpt Die da reinkamen Unten, wieder Immer noch unten Er ist Shitbreak Ich hab ihre eigene Granate zurückgeworfen Why always me Du hast ein Triplekin mit dir gemacht Nein, das war mal eine andere Granate Oben Ja, alle Die sind alle da gespawnt Mach die Scheiße wieder zu, Alter Ich hab die Granate Zurückgeworfen Oben wieder Er hat irgendein Trophy system platziert Der, ich, ich, ich Will nur mal anmerken Ich hab die Granate zurückgeworfen Doppelkill Das eine war sogar ein Aufprallkill So, ich hab ihn abgeworfen Tot geworfen Und kurz Kurz danach Hat meine Granate Noch ein Triple gemacht Hinter uns Am spawn Geh doch runter, mate Ja, wohnt los Er kommen auch von unten Ich geh doch in den Aufzug schafft Nein ich wurde oben abgefangen. Mate liegt. Heilt ihn. Oben seiner ist laut. Von hinten. Ich geh'n auch zugeschafft wieder runter. Von hinten zwei. Am spawnen drei. Hab ihn. Wie ist der down gegangen? WTF? Ich bin unten. Bin auf dem Weg. Na die hocken da. Ich spawn die ganze Zeit auf der anderen Seite. Ich geh' jetzt untenrum von uns aus. Ich veraim wie eine Missgeburt. Geh weg mate. Camille, geh weg. Du bist Ziel. Hinter uns, hinter uns. Ja aber klar, schon Granate. Wurden die von hinten abgedeckt. Boah, bist du scheiße, Junge. Immer noch einer unten drinne. Links in der Gap. Ich bin Ziel. Gleich einmal gewonnen. Vier Kills noch. Die kriegen wir. Am Anfang war's halt direkt, ne? Ja, die Zeit, was wir rund waren, hat eigentlich schon alles entschieden. Ja, ich hab's noch überlebt. Ich hab' mich nicht gefinisht. Der ganze Anfang hat das ganze Spiel schon entschieden. Ja, der Vorsprung direkt. Oh, wer ist das? Oh bitte, das muss es sein. Das war ja ein Fünffachkill, Digga. Ja, hier, meine Granate. Mich geilt. Das HVD hat er sogar noch. Ja, man sieht einfach nix. Weil es die zurückgeworfene Granate und die richtige Granate war. Oh, und hier noch. Wenn die Pumpgun nur noch schneller wär. Ja, ich könnte schneller machen, aber dann hab ich gar nichts Lachs mehr. Und das überlege ich mir jetzt sogar, ob ich dann schnell Feuerspiel da rein mach. Aber wenn ich dann noch schneller zack, zack, zack machen kann in den Raum da unten, wär schon krass, ne? Ja. Ja.